Leute, ich bin sauer, aber dazu gleich mehr. Willkommen zu einem Tag im Leben einer echten Wurfzessin. Aus meiner Perspektive. Hi, ich bin Zelda, ein kleiner Wurfy-Dog mit besonders viel Energie. Und ja, ich kann reden. Aber ich bin wirklich sauer, denn dieser Intelligenz-Allergiker, aka mein Gehilfe, schnarcht lauter als ein Bär nach 5 Bier. Das nervt voll. Wie soll man so seinen Schönheitsschlaf machen? Aber egal, ich hab Energie und Bock, den Tag zu starten. Aufstehen, du Muttersäge. Na gut, da muss wohl der Schleckosaurus-Wechs her. Das darf immer, dann steht er meistens auf. Nun will ich erstmal sachtig-maffig was zum Schmatzen haben, aber in der Küche essen finde ich total kacke, da lass ich's mir lieber in die Sonne tragen. Hm, schon viel gemütlicher. Bin ja schließlich Neurofzessin und kein Kater. Vollgefordert muss ich, du weißt schon was erledigen. Das ist immer super lustig, weil mein Gehilfe nachher das Ganze inspiziert. Ihhh. Nun setze ich mein Gehilfe vor diesen komischen Computer, weil ich finde das total langweilig, also bringe ich in mein Spielzeug, damit er mit mir spielt. Ich gebe ihm wirklich super viel Mühe, dass er mitspielt, aber er immer so, boah, ich muss jetzt wirklich hier arbeiten, damit du immer genug zu puttern in der Schale hast. Ich sag euch eins, dieses Konzept mit dem Arbeiten hab ich noch nicht so wirklich verstanden. Der hockt da immer vor seinem Rechner, macht so dies, das, um dann abends müde ins Bett zu fallen und den Amazonas eigentlich nicht abzusägen. Real Rap, wenn ich arbeiten müsste, würde ich nicht arbeiten und lieber im Garten spielen. Lass ein Like und ein Abo da, wenn du das auch so siehst. Und juhu, endlich ist Mittag, wir gehen raus spazieren. Ich schnuppere so meine Standard-Wute nach neuen Notizen ab und markiere natürlich selber fleißig. Ist ja schließlich auch mein Königreich. Dann sind wir noch in den Wald gefahren und ich habe wie eine Königin posieren können. Boah, das hat richtig Spaß gemacht. Ich liebe den Geruch vom Wald im Frühling, aber Hatschi. Okay, an alle Allerger da draußen mein Beileid. Abends will ich dann noch auf entspannten Filmen schauen. Ich verstehe zwar nur Bahnhof, aber ist mir egal. Ich liebe es entspannt mit meinem Gehilfen auf dem Sofa zu kuscheln. Lasst ein Like und ein Abo da und verpasst nicht den nächsten Vlog. Tschüssi und bis bald, euer Wuff Zessin.